Endlich ist es so weit und die neue CD von Trio Kalbbechler Russisch ist hier. 18 urchige, rassige und gemütliche Melodien sind auf dem Tonträger zu hören. Haufen traditionelle Naturrützle und alte Lieder zum Mitsingen, sowie auch viele alte und neue Melodien sind auf dieser CD anzutreffen. Darunter ist auch das bekannte Kalbbechlerlied, der von einem ehemaligen Gefängnishandler, der früher in Kalbbach war. Dieses Lied hat ein damaliger Gefängnisinsatz in seiner Gefangenschaft geschrieben. Trio Kalbbechler Russisch hat es jetzt neu arrangiert. Bestellen kann man die CD am 30. September unter der E-Mail-Adresse ch.gruss.gmx.ch Einfach Namen, Wohnort und Adresse schicken und die CD trifft bei euch innerhalb von 3-4 Tagen ein mit Einzahlungsschein. Oder aber auch per Kreditkarte unter www.http.andrebuelermusik.ginto.com Das Trio Kalbbechler Russ wünscht allen viel Vergnügen beim Hören und Mitsingen von dieser neuen CD, die sie mit viel Herzblut realisiert haben. Musik